Willkommen zu einer neuen Folge Rechan im Spielpodcast mit meinem Vater und professionellen Nicht-Gamer Gerard Wödel. Hallo. Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei bin. Ausnahmsweise bist du jetzt wieder dabei? Genau. Und mir, dem Vielspieler Fabian Wödel. Und vor allem willkommen in einmal 2024 und damit zum quasi zweiten Geburtstag von Rechan. Und was wäre besser zu spielen am zweiten Geburtstag von Rechan als das zweite Spiel von der ersten Folge von Rechan? Ja, ja, ja. Und? Schon erraten, was es wird? Wir reden halt über City Skylines 2, was im Oktober mittlerweile rausgekommen ist, glaube ich. Ende Oktober. Und, ja, City Skylines 2, für die, die es nicht wissen, es ist ein Aufbaustrategiespiel oder vor allem City Builder, würde man es meistens einfach nennen. Also ein Spiel, in dem man eine Stadt aufbauen soll, mit allem, was dazugehört. Und wir werden heute vor allem, glaube ich, darüber reden, so einerseits schon, was macht, was ist quasi passiert zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil, weil auch sehr viel Zeit zwischen den zwei Teilen liegt. Und aber auch, ja, generell, wie fühlt sich das Spiel an und vielleicht auch, was ist beim Release vielleicht nicht so gut gelaufen, weil wir haben zum ersten Mal wieder, oder wie gesagt, wir haben selten Spiele, die wirklich, die wir zu Release behandeln. Jetzt ist es relativ nah an Release dran und wir haben Probleme oder es gibt so ein paar Dinge, über die man reden muss, weil moderne Spiele ab und zu manchmal nicht ganz fertig erscheinen. Leider. Und die Spieler fertig machen dann. Ja, ja, also darüber reden wir dann noch. Da habe ich so ein bisschen meine Gedanken dazu und Probleme, die es gibt. Aber insgesamt fangen wir mal an, wieder grundsätzlich ganz kurz zu erklären. Oder weißt du was, natürlich übergebe ich dir das wieder, die Aufgabe. Erklär mal generell, was macht man in City Skylines 2? Ja, in City Skylines 2 hat man grundsätzlich einmal, wie in City Skylines 1 schon, die Aufgabe. Auf einem Stück unbebauten Land eine Stadt entstehen zu lassen. Da gibt es auf diesem unbebauten Land nur im Wesentlichen eine Hauptverkehrsverbindung, die da durchführt. Es gibt vielleicht eine Bahnlinie und man beginnt also wirklich damit, von Null weg eine Stadt aufzubauen. Und das beginnt man damit, dass man im Prinzip Verkehrswege einmal baut, an die dann Siedlungsgebiete erschließen in erster Linie. Wo also Wohnbevölkerung, Gewerbebetriebe, Industriegebiete und später auch Büroaktivitäten sich niederlassen können. Aber dazu braucht es natürlich nicht nur Flächen, sondern dazu braucht es Infrastruktur. Infrastruktur, die basicmäßig schon einmal mit jeder Straße mitgeliefert wird. Ich denke da zum Beispiel an die Stromversorgung, die da drinnen liegt. Das ist direkt auch so ein Ding, das funktioniert anders als im ersten Teil in Wirklichkeit. Und im ersten Teil war es so, dass man Stromleitungen bauen musste und dann einen gewissen Radius um das Gebäude herum wurde dann irgendwie magisch versorgt mit Strom. Das heißt, wenn ganz viele Gebäude aneinandergereiht waren, war da einfach überall Strom und es hat gepasst. Und jetzt, wie du eben sagst, so in diesem Teil ist es einfach so, das ist bei der Straße mit dabei. Über eine Art Erdleitung, die mit der Straße sozusagen sofort gebaut wird, zur Verfügung gestellt wird. Ja, und wie das halt so ist, wenn da mal so ein Dorf entstanden ist, zuerst einmal, also sprich einfach Wohngebiete sich gebildet haben, dann lassen sich dort auch Geschäfte nieder. Also man braucht in Wirklichkeit dann ein Gewerbegebiet, ein kleines. Und man braucht natürlich dann für, wenn das Dorf schon ein bisschen gewachsen ist, vielleicht eine Grundschule. Und wenn das Ganze noch mehr gewachsen ist und schon einen Charakter einer kleineren Stadt oder eines kleineren Marktplatzes angenommen hat, immer mehr solcher Infrastruktureinrichtungen. Sicherheit wie Feuerwehr oder Polizei kommen dann irgendwann dazu. Die Gesundheitsversorgung muss sichergestellt werden der Leute. Es kommen Dinge dazu wie das Postwesen. Also man organisiert alle Aspekte eines so komplexen Systems einer Stadt nach und nach. Ja, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Papa. Das ist sehr gut zusammengefasst. Man merkt, du hast dich viel beschäftigt mit dem Spielen. Ja, das stimmt. Aber es ist auch einfach, und deswegen haben wir auch angefangen so vor zwei Jahren hier mit CitySkylines, weil du ja Städtebau so ein bisschen, weil es dich immer noch interessiert und weil es ist studiert, das ist die Möglichkeit. Ja. Kann man nochmal dazu sagen. Ja, also genau. Und das sind viele Dinge, die wir eigentlich in Städtebausimulationen schon lange kennen. Also die Zonen, die du so ein bisschen angesagt hast, eben das Wohngebiet, die Gewerbezone und die Industriegebietzeug. Diese drei Zonen, das gibt es quasi seit SimCity 2000, das hat sich nicht geändert. Da werden quasi automatisch einfach Gebäude generiert oder da siedeln sich halt Leute an oder Gewerbe eben oder Industrie. Und das passiert quasi automatisch und du zonst es nur zu, also sagst denen, da könnt ihr bauen und da könnt ihr das bauen. Und die Infrastruktur und die Polizeistationen, Stationen, Polizei, ja, Feuerwehr und so Zeug, das setzt man eben alles einzeln, dass man wirklich genau sagt, wir brauchen dort und dort brauchen wir Dress. Und man hat dann eben einen Überblick, wie viel Fläche die abdecken können und so Zeug. Aber ja, genau. Und das meine ich auch eben so ein bisschen mit, das ist so klassischer Städtebau. Also die Zonen sind, wie gesagt, seit SimCity 2000 hat sich das nicht geändert, will ich jetzt. Das funktioniert immer noch sehr gut. Und Straßen bauen ist halt immer so die Basic-Infrastruktur. Also überall, wo du was machen willst, brauchst du auch Straßen logischerweise. Und da gibt es so ein paar Änderungen. Vielleicht ist das so unser erster Punkt, was sich jetzt nicht super sexy anhört, aber man kann über Straßen bauen sehr viel reden in Cities Skylines und generell in Straßenbauen. Man konnte sich vor allem viel ärgern darüber in Cities Skylines 1. Ja, es war ein bisschen, wie würde man das ein bisschen beschreiben? Es war tricky ab und zu. Also es hat nicht immer genau das gemacht, was du wolltest. Also bei mir nicht nur nicht immer, sondern nie. Okay. Es hat nie das gemacht, was du wolltest. Es ist viel, viel, viel besser im zweiten Teil jetzt. Also man kann viel mehr, die Vorstellung, die man hat, kann man viel leichter umsetzen. Und die Anbindungen kann man, es ist einfach irgendwie schöner. Also wir werden jetzt nicht ultra ins Detail gehen, was für Änderungen es gibt. Aber die Art und Weise, wie du Straßen bauen kannst, ist einfach viel besser. Es gibt so vier Haupttools, glaube ich. Und ich kann sie nur auf Englisch leider sagen. Aber es gibt halt die, wo man gerade Straßen baut. Es gibt die einfache Kurve, wo du halt einen Punkt setzt, an dem du die Biegung oder den Winkel quasi einstellst. Dann gibt es die komplexe Kurve, wo du quasi S-Kurven sehr schön machen kannst. Und dann das letzte ist irgendwie so ein Continuous Road, heißt das im Englischen, glaube ich. Also ich habe es jetzt nur auf Englisch gespielt, leider. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber was ich nicht ganz weiß, wie es funktioniert, ich kann es nicht wirklich erklären. Aber es ist sehr gut für, wenn du zum Beispiel so 180-Grad-Kurven machen willst und so Zeug. Es ist sehr interessant. Also für mich ist es so ein bisschen einfach herausfühlen, was brauche ich wann. Aber es ist viel besser und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und mittlerweile kann ich so ein bisschen verstehen, in welcher Situation ich zum Beispiel welches Tool da verwenden will. Und dann gibt es noch dazu irgendwie sechs oder sieben Snapping-Optionen. Das heißt, zu welchen Referenzpunkten auf der Map quasi soll sich das automatisch hinsnappen. Sind es Winkel? Sind es die Zonengrößen? Sind es die halt schon existierenden Straßen und so Zeug? Da gibt es irrsinnig viel einfach so ein bisschen, was man da ändern kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit, im Laufe des Spiels Straßen zu überbauen mit neuen Straßen. Also sprich aufzuwerten. Achso, ja, es gibt so Upgraden. Upgrad, genau. Genau, das ist auch eines der Basic-Tools. Ich glaube, das hat es im 1er nämlich auch nicht gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Kann ich mich jetzt nicht genau erinnern. Bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es eine Mod war, die ich vielleicht verwendet habe. Deswegen bin ich mir noch unsicher. Das kann man auch noch dazu sagen. Ich habe ja, City Skylines 1 hat ja mehrere DLCs gehabt. Also quasi Add-ons und halt Content nach Release, die irgendwie dazugehörten wurden. Gab es einerseits Updates, die tatsächlich neue Sachen eingebracht haben. Und dann gab es halt eben DLCs, für die man bezahlen musste. Und im zweiten Teil sind jetzt so einige DLCs halbwegs schon drinnen. Also es sind viele Funktionen, die früher DLC-Exklusiv waren quasi, sind jetzt in dem Spiel schon drinnen. Und bei dir muss man ja sagen, du hast City Skylines 1 tatsächlich nie mit DLCs gespielt. Du hast nur die Vanilla-Version, wie wir es so schön nennen, manchmal gespielt. City Skylines 1 pur hatte ich am Schirm. Und auch keine Mods, oder? Nein, überhaupt keine Mods verwendet. Das war auch deine erste Spielerfahrung. Das heißt, man will sich in Grenzen halten, damit man weiß, was passiert. Ja, ich war damals schon gut gefordert mit alten Möglichkeiten, die die Basisvariante geboten hat. Ja, also auch zum Beispiel eben in City Skylines 1 irgendwie so Autobahnknoten zu bauen, das war die Hölle. Also wenn du nur Vanilla gespielt hast. Es gibt schon dann eben, gab es Mods, die das einfach gemacht haben und dann war es besser, aber es ist halt trotzdem einfach super schwierig. Und mittlerweile... Das ist jetzt unglaublich viel einfacher geworden, ja. Und angenehmer. Sie schauen auch nicht so hässlich aus, wenn man es macht. Also wenn ich es mache. Ja, bei mir geht es jetzt auch schon. Ja, ja, es ist wirklich, also die Tools da sind enorm verbessert. Ja, aber ich habe es schon angesprochen, auch so ein bisschen die DLCs. Also kommen wir vielleicht generell mal zu den Sachen, die sich verändert haben wirklich. Und wir reden jetzt quasi wirklich die Basisversion von City Skylines 1 zu Basisversion City Skylines 2. Ich meine, es gibt noch nichts, außer die Basisversion City Skylines 2. Viele Systeme, die quasi in den ersten drei schon drin waren, die sind jetzt einfach ein bisschen... Da ist es jetzt einfach ein bisschen mehr. Ja, also so ein bisschen detaillierter. So zum Beispiel beim Strom. Du baust immer noch Kraftwerke, die machen immer noch ähnliche Dinge. Also es gibt halt dreckige... Strom produzieren, ja. Ähnliche Dinge. Nein, nein, nein. Ein Kraftwerk produziert nicht nur Strom, aber die machen auch Luftverschmutzung. Genau. Und andere ungute Dinge. Das ist es. Naja, aber die sind quasi immer noch ähnlich. Also es gibt halt ähnliche, es gibt keine neuen Kraftwerke, weil Kraftwerke sind Kraftwerke. Das ist halt am Anfang die billige Kohle oder Öl, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder Gas. Eins von den drei Dingen halt. Hat es die Geothermie auch schon gegeben? Das kann sein, dass es ein DLC war. Das weiß ich leider nicht. Ja, ich würde sagen, das ist für mich neu gewesen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Aber es kann auch sein, dass es einfach nie... Dass da wahrscheinlich auch nicht alles freigeschalten ist in Skylines 1. Das stimmt. Das ist richtig. Es gibt ja immer noch so eine Progression. Dazu kommen wir später noch. Aber wie gesagt, es gibt, ja, okay, es ist so viel Zeug. Progression ist nämlich auch anders jetzt in diesen Spielen. Aber, also der Fortschritt, den man wirklich hat und was man alles bauen kann. Strom ist in dem Sinne halt ein bisschen detaillierter geworden. Es gibt eben immer noch die Kraftwerke, die baust du und die haben halt Vor- und Nachteile und produzieren so und so viel Strom. Die größere Veränderung neben eben dem, dass die Straßen jetzt quasi integrierte Stromleitungen haben, ist, dass es quasi sowas wie Hochspannungsstrom gibt und Niedrigspannungsstrom, die du mit dem Umspannwerk quasi uminnern kannst ineinander. Genau. Und du kannst es auch aus der Stadt herausleiten und verkaufen, deinen Strom. Wenn du einen Überschuss hast zum Beispiel, dann brauchst du eine Hochspannungsleitung, die außerhalb der Map führt oder zu so einem Knotenpunkt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Bei mir war einfach eine Hochspannungsleitung schon drin. Bei mir auch, ja. Ja. Das heißt, Strom immer noch da, aber es ist halt ein bisschen mehr. Ja, so beim Wasser und Abwasser zum Beispiel ist es auch ein bisschen anders. Es gibt zumindest mehr verschiedene Gebäude, die quasi sich mit Abwasser und Wasser beschäftigen. Also es gibt halt eine große Pumpstation, es gibt eine kleine Pumpstation. Es gibt Grundwasser, wird anders, funktioniert anders. Es gibt so wirklich Grundwasserquellen einfach, die man in so einer... Die man anzapfen kann mit einer Art Brunnen. Ja, genau. Also aber auch die kann man halt anzeigen zum Beispiel. Es gibt halt wie in allen Stadtsimulationen und vor allem halt auch schon wie im ersten Teil, hast du oben links so Info-Ansichten. Und da kannst du bestimmte Aspekte von der Stadt und der Map dir irgendwie anzeigen lassen. Und eines davon sind halt Grundwasservorkommen. Und im ersten Teil kannst du Grundwasser, glaube ich, einfach überall pumpen, ehrlich gesagt. Sorry, wir sind da noch viel mit vergleichen, obwohl wir das erste schon länger oder lange nicht mehr gespielt haben. Aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es das nicht gegeben wird. Weil jetzt musst du aufpassen eben, dass das Grundwasser nicht verschmutzt wird. Und ich glaube, sie haben auch eine maximale Kapazität, die man rauspumpen kann oder so. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber es ist auf jeden Fall komplexer. Das ist eigentlich alles, was ich mir sagen will. Wir müssen gar nicht so ins Detail gehen. Grundwasser hat sich verändert. Du kannst eben auch wieder aus Flüssen pumpen. Also, das sind so ein bisschen die Systeme. Und das gibt es an vielen Stellen. Die gab es schon im ersten Teil und die sind jetzt halt so ein bisschen detailliert. Ein bisschen anders. Fühlen sich anders an, auch zum Spielen so ein bisschen. Und dann haben wir so Sachen, wie die eben aus DLCs kommen aus dem ersten Teil. Eines von denen, es gibt zum Beispiel die, äh, die Naturkatastrophen sind jetzt quasi inkludiert, quasi inkludiert. Es gibt weniger. Und ich weiß nicht, ob sie ganz fertig geworden sind. Es gibt so ein Ternado, der ziemlich komisch ist. Äh, es gibt die Waldbrände, die schon passieren können. Ich weiß nicht, ob sie den Bug gefixst haben oder nicht. Oder ob das ein Bug ist, keine Ahnung. Aber es gibt Waldbrände, die können außerhalb deines Dings, wo du schon baust. Weil du kannst halt wieder Land kaufen. Diesmal mit halt kleineren Irgendwelchigkeit, äh, Landstücken. Aber dafür hast du mehr zum Kaufen jedes Mal, wenn du upgradest. Oder wenn du aufsteigst. Und du kannst irgendwie, es gibt irgendwie Waldbrände, die, die passieren einfach innerhalb, auf der Map schon. Aber nicht in dem Gebiet, wo du bauen kannst. Das heißt, die sind dann irgendwo. Und du brauchst dann dringend, oder du musst dann, ähm, die Feuerwehr, äh, nicht Flugzeuge, sondern das andere, Helikopter, haben, damit das überhaupt gelöscht werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geplant war. Weil ich hatte einfach, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Helikopter. Ein Waldbrand ist irgendwie ausgeboren. Irgendwo auf der Map, am Arsch der Welt, brennt ein Baum. Und man sagt mir so, ah nein, der Waldbrand passiert. Und ich so, okay, ich hab, ja, wieso soll ich da hinkommen? Naja, na, geht nicht. Dann hab ich schnell, äh, mir eine Hubschraube gekauft, also freigeschalten und gekauft. Und dann hab ich sie hier rüberfliegen lassen, seitdem ist kein Problem mehr. Deswegen, es gibt Naturkatastrophen, das war früher ein DLC und jetzt sind sie halt integriert, aber es, pff, bis jetzt macht's noch keinen großen Unterschied. Hier der Tipp vom Anfänger für den Profi. Um genau solche Situationen zu vermeiden, kann man in den allgemeinen Settings natürlich die Naturkatastrophen ausschalten und sich am Anfang sozusagen einmal ersparen, auch davon geplagt zu werden. Später ist es zweifellos ein sehr interessantes, genau, ein interessantes Tool, mit dem einfach für Abwechslung und Spielspaß durchaus gesorgt wird. Ja, leider, wie gesagt, leider fühlt sich's ein bisschen egal an. Selbst wenn's bei mir jetzt passiert und ich hab's halt von Anfang an vom Spiel halt eingeschalten gehabt, äh, es macht halt nix, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ich hab relativ oft Donados und die nehmen dann drei Häuser weg und dann war's das in Wirklichkeit. Okay. Ähm, und Straßen können nicht so zerstört werden wie im ersten Teil, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass im ersten Teil da du Straßen quasi wieder aufbauen musst und so Zeug. Es macht einfach nix, also es ist einfach völlig egal, irgendwie. Also nur nicht sehr ausgereift eigentlich, ne? Nein, irgendwie nicht. Also es wirkt so wie, ja, ist halt jetzt drinnen, ja. Und das andere größere DLC-Ding, was jetzt irgendwie drin ist, also früher war auch noch, also, ich kann noch erzählen, ja, damals, als City of Sky and Science rausgekommen ist, da gab's natürlich mal Tag-Nacht-Wechsel. Das war ein Update. Da ist jetzt natürlich drin. Und wie Zeit überhaupt funktioniert, ähm, ist anders, ist ein bisschen detaillierter. Es ist irgendwie so, es ist irgendwie ein bisschen schräg, äh, aber für diese Information macht's halt Sinn, weil du hast irgendwie 24 Stunden sind im Monat, aber auch gleichzeitig halt wirkliche 24 Stunden oder so. Ah, ich bin mir nicht mal sicher. Das verstehe ich jetzt selber nicht, was du da sagst. 24 Stunden. Es ist einerseits, einerseits wird simuliert, dass eben 24 Stunden tatsächlich passieren, dass du auch einen Frühverkehr und einen Abendverkehr hast. Ja, richtig. Also das ist irgendwie relativ neu und das, das gab's in der Form schon, aber, keine Ahnung, ich hab das Gefühl, das macht einen mega Unterschied in dem Spiel im Moment. Und andererseits läuft halt trotzdem, Monate und Jahre laufen trotzdem schneller als, äh, du musst nicht jeden Tag durchspielen, so. Okay. Und ein Tag ist nicht eine Woche, oder sieben Tage sind nicht eine Woche, sondern es ist irgendwie halt schnell. Aha. Es vergeht schneller auf der Monatsskala quasi so ein bisschen, als, als mit den Tagen, das übereinstimmen würde. Ähm, und dann hast du auch Jahreszeiten. Obwohl das auch je nach Map unterschiedlich ist, also man sieht, es ist irrsinnig komplex. Also sie wollten, sie wollten, glaube ich, sehr, sehr viel einfach, ähm, Komplexität da reinbringen und es wirklich nochmal irgendwie realistischer machen auf eine Art und Weise. Das heißt, du hast eben auch, ähm, Jahreszeiten, das heißt, Regenwahrscheinlichkeit verändert sich, ähm, Schnee gibt's, wenn du, je nach Map eben, also es gibt verschiedene Karten, wenn du quasi in der, äh, auf der Nordkugel bist und halt so Mitteleuropa Zeug, dann ist halt, oder Nordamerika in gewissen Bereichen. Hast du halt so vier Jahreszeiten und dann hast du halt Schnee im Winter und im Sommer halt keinen und dann regnet es halt einmal Herbstmeer und die Bäume verfärben sich und so Zeug. Und die Bäume haben jetzt auch Lebenszyklen. Ganz verrückt eigentlich so ein bisschen. Ähm, was nicht irgendwie alle Spieler, glaube ich, Spielerinnen mochten, weil du kannst jetzt nur noch junge Bäume pflanzen, keine großen Bäume mehr. Das stimmt. Das wird auch simuliert, also das wird simuliert, dass du, wenn du was pflanzt, dann ist es immer jung, äh, es sind immer junge Bäume und junge Büsche. Und dann dauert das jetzt eine Weile, bis es tatsächlich so ausschaut, wie du es eigentlich haben willst. So. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich verliere mich gerade schon wieder in so, in den, in den Kleinigkeiten von dieser Simulation, die eben, glaube ich, sehr ambitioniert ist. Und eigentlich auch sehr cool ist. Also, in dem Sinne fühlt es sich auch sehr lebendig an, auf eine Art und Weise. Aber, und ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, es macht so ein bisschen, es fühlt sich auch ein bisschen indirekter an, das Spiel, als der erste Teil. Was meinst du mit indirekter? Das, was du machst, hat nicht immer sofort oder sofort die Auswirkungen, die du glaubst, die es haben soll. Man sieht es nicht sofort, ja. Ja, ja, es können auch, genau, es könnten zwei Dinge sein. Also, ich, oder das ist meine Vermutung, es könnte sein so ein bisschen, wie gesagt, man merkt, es ist komplex, es wird sehr viel simuliert, es wird sehr viel, da geht es um sehr viel Zeug. Und wenn du da in irgendwas eingreifst, dann verändert sich da einiges irgendwie. Aber ohne, dass man eben vorher schon absehen könnte, wie stark sich etwas verändert, wie stark dieser Eingriff sich auswirkt ins System. Das ist eigentlich vorneweg nicht erkennbar für den Spieler. Da muss man auf jeden Fall, da muss man sehr viel irgendwie lernen erstmal im Laufe des Spiels, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ja, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen, also mit der Simulation tatsächlich, quasi mit der zu spielen, irgendwie so, würde ich es jetzt ausdrücken, ist ein bisschen weniger spaßig als im ersten Teil für mich. Und dafür ist es irgendwie schöner für mich, oder ich glaube halt so generell, dass ich so ein bisschen mehr Spaß jetzt daran hatte, tatsächlich eine schöne Stadt zu bauen. Und weil ich die Möglichkeit irgendwie mehr hatte und weil es ein bisschen einfacher ist. Und eben, die Stadt zum Funktionieren zu bringen, das meine ich glaube ich mit der Simulation spielen, das ist so ein bisschen, das geht, es ist aber irgendwie ein bisschen weniger befriedigend einfach gefühlt. Naja, die Spielmechaniken nehmen ja vieles eigentlich ab im Hintergrund. Zum Beispiel das Austarieren von Arbeitskräften und Arbeitsplätzen. Da kann man ja gar nicht so, so direkt wird da nicht eingegriffen, sondern das passiert über die Ansiedlung von Betrieben und dem Schaffen von Wohnraum in Wirklichkeit. Und da weiß man halt in Wirklichkeit nicht genau, wie finden Arbeitsplätze zu Arbeitskräften, wie finden die zusammen. Das kann man nicht erkennen, das macht im Hintergrund eigentlich die Spielmechanik. Und sagt dann nur, gibt Rückmeldung an den Spieler, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Oder in dieser Stadt gibt es ja keine Arbeit, die Leute ziehen weg. Also solche Sachen. Es gibt schon noch die Funktion, dass Personen aus deiner Stadt in eine andere Stadt arbeiten gehen oder in eine andere Stadt zumindest studieren gehen auf jeden Fall, das weiß ich. Weil ich habe eine lange Zeit natürlich keine Universität gehabt in meiner Stadt und so einzelne Personen sind dann quasi in eine andere Stadt mit dem Zug fahren oder so mit dem Auto, um sich quasi ihre Bildung woanders zu holen oder woanders arbeiten zu gehen. Also das balancet sich genau, weil es halt irgendwie so, das macht doch total Sinn. Also die Situation soll ja so selbst am Leben sein und das heißt, du greifst da, du kannst da eben so ein bisschen richtungsgebend sein. Und das ist irgendwie auf eine Art und Weise, glaube ich, das war ihr Ziel, dass das realistischer ist. Und es ist realistischer. Auf die Art und Weise funktioniert es nicht. Du kannst nicht einfach sagen, so du gehst dort arbeiten, so funktioniert es nicht. Genau. Und das macht es aber, glaube ich, auch so ein bisschen schwieriger eben zu greifen und ich glaube, was praktisch wäre, wenn es halt irgendwie besser kommuniziert wäre. Weil die Übersichten, die ich habe, die sagen mir nicht super viel. Also das ist super schwierig abzuschätzen für mich. Keine Ahnung. Zum Beispiel Umwelteffekte durch Industrieansiedlung abzuschätzen ist de facto nicht möglich zuerst einmal. Du musst warten. Fühlst du nicht? Findest du schon? Das geht. Ich finde, das geht. Du hast eine Übersicht über die Verschmutzung, über die Bodenverschmutzung, die Luftverschmutzung. Du hast eine Übersicht über die Windrichtung. Ja, du kannst immer den aktuellen Zustand des Gebiets, den kannst du immer abrufen. Aber wenn du jetzt ansiedelst, muss eine bestimmte Zeitspanne doch vergehen, bis du die Auswirkung dieser Ansiedlung… Bis der Effekt, ja. Genau. Und wie groß er ist, das weißt du von vornherein nicht. Ja, das stimmt. Das habe ich gemeint, ja. Ja, aber das ist halt, das ist für mich so ein einmal ausprobieren und dann habe ich, dann checke ich ungefähr, wie es geht. Ja, aber da ist die Wirklichkeit eben eine andere. In Wirklichkeit weiß ich, wenn ich bestimmte Industriebetriebe, keine Ahnung, Braunkohleförderung oder was auch immer, ansiedle auf meiner Map, dann kenne ich eigentlich die Auswirkungen. Und als in der Realität meine ich jetzt, ja. In der Realität auf deiner Map. Na, in der Realität würde, wenn man einen Betrieb zur Kohlegewinnung ansiedelt, würde man wissen, was bedeutet das für das Grundwasser, was bedeutet das für die Staubbelastung, und, 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 und. Ja, ja, und das irgendwie meine ich, äh. Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht das große Problem. Also, weil da wird man schon. Das Problem ist es keins. Das stimmt. Weil, wenn du spezielle Industrie brauchst, glaube ich, wird das schon gesagt, so, was ist, wie stark ist zumindest die Auswirkung auf Bodenverschmutzung? Ja, ja. Wie stark ist die Auswirkung auf Bodenverschmutzung? So, da geht es halt nicht super zu Teil, aber da, das wird ja schon ungefähr gesagt, und du weißt halt so, eben, auch das irgendwie klassische Stadt, äh, City-Builder halt, Logik, du siedelst da Industrie an, da wird erst mal die Umwelt drunter leiden. So in deinem Radius um das Ding herum. Und ich habe zum Beispiel auch, ich habe eine Industrie, als meine Map noch ein bisschen kleiner war, weil ich noch nicht so viel ausgeweitet habe, habe ich halt Industrie auf einem Punkt der Map gehabt, und da habe ich gewusst, will ich es nicht auf Dauer haben. Ähm, habe ich das, habe ich die abgeschafft, das dauert dann wieder, bis der Boden sich quasi erholt, oder die Umwelt sich dort erholt, und so zu sagen. Aber, keine Ahnung, was, was zum Beispiel, eben, keine Ahnung, ich habe große Schwierigkeiten, oder nicht Schwierigkeiten, aber es ist so ein bisschen, hm, das Bildungssystem ist zum Beispiel so, pff, ein bisschen schwierig abzuschätzen. Weil du hast, du hast halt, Grundschule, ja, du hast Grundschule, und das soll immer relativ, quasi, eindeutig sein, wie lang die Leute brauchen, um einen bestimmten Schultyper abzuschließen. Und, es ist irgendwie so, dass du halt, wenn du eine junge Stadt hast, äh, zuerst mal viele Leute, äh, viele Leute, also halt Kinder, in die Grundschule gehen darf. Und das, das heißt, da kommt es immer so in Wellen, du hast das Gefühl, oder so fühlt es sich für mich an, dass dieses Bildungssystem irgendwie immer in Wellen, ich habe irgendwie, jetzt habe ich gerade sehr viele Leute in der Grundschule, dann sind sehr viele Leute in der, was auch immer. Bei mir ist es halt, ich habe es für Englisch, sondern halt Highschool. Ich bin gerade verwirrt so ein bisschen, wie schon wieder, aber ist egal. Aber für mich fühlt es sich so an, als würden da immer so Wellen durchgehen durch mein Schulsystem. Und weiß nicht, macht das Sinn? Ich schätze, ja, so ein bisschen, aber gleichzeitig habe ich doch relativ diverse, quasi, Menge an Altersgruppen in der Stadt. Und da würde man glauben, das verteilt sich ein bisschen mehr auf die Dinger. Ich weiß nicht, und das ist halt so, eben, relativ indirekt, so, da spielt rein, ähm, welche Leute sich ansiedeln in meiner Stadt, zu welchem Zeitpunkt sie sich ansiedeln, äh, wie alt sie halt da sind, und dann kommen sie halt ins Schulsystem und gefühlt, und dann muss ich so ein bisschen abschätzen, so, wie viele Wohnungen siedle ich eigentlich an und wie viele Schulsystem brauche ich da? Also, wie viele Schulen oder wie viele Plätze brauche ich in den Schulen? Und das ist halt, wie gesagt, relativ indirekt und wird ja nicht so direkt gesagt auch, sondern es ist was, was halt du so ein bisschen rausfinden musst. Also, so hat es sich für mich angefühlt. Aber es, 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 es hat einen, äh, Nebeneffekt, denke ich, der ja positiv ist. Man muss ja das Ganze auch finanzieren. Dieser Stadtaufbau muss ja, äh, ist ja unter budgetären Restriktionen läuft der ab. Also, man hat nicht unbegrenzt, äh, Möglichkeiten zu finanzieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass du, ähm, wenn du erstmal eine Grundschule errichtet hast und dann die Leute dort, sagen wir, vier Jahre im Wesentlichen verweilen, dass du erst in einer späteren Phase die Investition in die nächsthöhere Schule tätigen musst, um eine kontinuierliche Ausbildung der Leute zu gewährleisten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich weiß es nicht. Ja, ey, ich glaube schon, dass das eben, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eben, und das war die ganze Zeit so mein Gefühl irgendwie, ähm, sie wollten, und sie haben es auch zum großen Teil geschafft. Also, ich will es gar nicht zu sehr kritisieren. Aber es fühlt sich schon deutlich anders an als der erste Teil. Also, im ersten Teil funktioniert das alles relativ instant. Also, sobald du es baust und verstehst so, wie viele Leute es brauchen und es ist irgendwie so ein gefühlter, simplerer Zugang irgendwie zu diesem, zu diesem System. Ja, du hast schon recht. Was insgesamt wahrscheinlich extrem, fast ausgefeilt, würde ich sagen, wirkt, das ist so eine Mechanik, die über allem drüber liegt oder drunter, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die ich mit Phasing oder Timing irgendwie beschreiben würde. Alles hat so Time-Lags, mit denen es passiert, du beschreibst das vom Baum her sogar, ne? Du sagst, also, das ist nur ein junger Baum, ein junger Busch und der muss erst wachsen und blühen und gedeihen, ja? Auch das ist etwas, was sozusagen im City Skyline 1 hast du einen Baum hingestellt und es war ein Baum dort, Punkt. Den hast du einen großen oder einen kleinen hingestellt, Punkt, ja? Und die haben gelebt für alle, in alle Ewigkeit, ja? Und also dieser Faktor des, wie soll ich sagen, Wachsen und Vergehens scheint diesmal über Timing und Phasing eigentlich raffiniert, wenn man das so, ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, da eingebaut worden zu sein. Für mich hat sich das so ein bisschen herausgestellt, also du hast auch kurz über das Geld, also über das Budget geredet, auch das hat sich so ein bisschen in der Skalierung verändert und ich finde, das ist so ein bisschen das, was City Skylines 2 am besten beschreibt, die Skalierung hat sich verändert. Nämlich einerseits die Skalierung auch von Größen, von Gebäuden zum Beispiel, es wirkt weniger wie so ein Spielzeugding, sondern es wirkt tatsächlich ein bisschen mehr wie, ich baue ein Kraftwerk, ich brauche ohr viel Platz, um das hinzustellen, zu auch so, wie nennt man das, oh Gott, so Rail Yards, also so Lagerstätten für Güterzüge. Hallen, Güter, Lager, Plätze. So Zuglagerzeug. Es ist irrsinnig riesig. Umschlagplatzplätze, Bahnumschlagplätze. Genau, es ist irrsinnig riesig, du brauchst viel Platz, du musst das einplanen, du musst wirklich verstehen, das ist ein Commitment, einerseits ist es teuer, von der anderen Seite ist es riesig. Also Rail Yards teuer, ich weiß nicht, ich glaube die Güterzüge jetzt nicht, aber zum Beispiel so ein Krankenhaus ist arschteuer. Und das merkst du vor allem am Anfang so, okay, in City Sky 1, glaube ich, hätte es relativ schnell einfach einen Gang aus hinstellen können und sagen können, passt, es ist alles abgedeckt. In City Sky 1 2 musst du dir überlegen, ist es die Investition wert für einen langen Zeitraum? Es gibt schon irgendwo einen Punkt wieder, wenn da selbstständigt sich so ein bisschen das Einkommen und man sagt so, okay, jetzt habe ich wieder in Wirklichkeit genug Geld für alles und ich baue einfach. Also das ist zumindest ein Punkt, zu dem ich gekommen bin, gefühlt. Und am Anfang denke ich, kann man schon als Tipp hier abgeben, nur immer das bauen, was wirklich gerade benötigt wird in dieser aktuellen Entwicklungsstufe, dann hat man budgetär, ist man dann auf der sicheren Seite. Ja, aber das ist auch so ein Ding, es ist so kompliziert. Ich habe es halt gespielt, relativ nahe zu Release und dann gab es einen größeren Patch, wo sich tatsächlich, also ein Patch ist aber nur ein Update, also es wird ja jetzt weiterentwickelt und die Leute oder Entwickler sitzen da dran und denken sich so, was müssen wir alles fixen. Und ich habe es gespielt vor und nach einem größeren Patch und nach dem Patch, es gab einmal eine Änderung, wo einfach auch Geld, wie das angezeigt wurde und wo das Übersichtliche, wie viel Einkommen du tatsächlich hast quasi pro, ich glaube es ist Monat eigentlich, was da unten angezeigt wird in der Leiste. Und so, da weiß ich zum Beispiel auch so wieder so, es ist schwierig zu sagen, so wie war es vorher, was habe ich vorher einfach, war es schwieriger? Habe ich es schlechter abschätzen können? Ich bin mir nicht sicher, aber insgesamt habe ich das Gefühl, es ist die Skalierung 2, eben, die Skalierung ist anders. So, Geld ist wichtiger und hat einen anderen Impact, direkt, die Gebäude an sich sind anders skaliert und die Zeit ist wichtiger, Zeitvergehen ist wichtiger und Zeitverlauf ist ein Spielelement tatsächlich, viel mehr als es früher war. Also das ist für mich das Gefühl, was man sieht, dass es da insgesamt gibt. Also es will eindeutig, glaube ich, größer sein, es will realistischer sein, es will komplexer sein und es schafft es auch zu wirklich großen, großen Teilen eigentlich, finde ich, schafft es sehr gut. Was für uns, sage ich jetzt einmal, als Fans solcher City-Aufbauspiele das Spiel wahrscheinlich noch einmal attraktiver macht, als der Vorgänger ohnehin schon war, was aber auch vielleicht für den einen, die andere abschreckend wirken kann, wenn man jetzt erst einsteigt bei City Skylines 2. Weil eines muss man schon sagen, man bezahlt für diese realitätsnahe Simulation einer Stadtentwicklung einen bestimmten Preis und der ist einfach, dass man mit sehr komplexen Systeme handeln muss und steuern muss eigentlich. Vielleicht nicht jeder Manns-Frau-Sache. Äh, es ist, ich glaube, es ist, da kommen wir zu dem anderen Punkt so ein bisschen, den ich auch ansprechen wollte, so, es ist irrsinnig schwierig, ein Spiel zu entwickeln, das irgendwie allen Leuten gefällt. Ja, das ist klar. Und das merkst du, und das habe ich, so, City Skylines 2 hat einen schweren Start gehabt. Einerseits wegen technischen Problemen, so, es gab einfach, die Performance war nicht da, wo sie wahrscheinlich sein hätte sollen, zu viel ließ, also wo es nicht, ja, kann ich eigentlich definitiv sagen, so, sie hätte besser sein sollen. Es ist grafische Tendency, also man braucht eine relativ deftige Grafikkarte. Die Konsolen-Releases wurden verschoben, komplett, weil der Entwickler gemeint hat, das wird, das geht nicht in der Form jetzt. Ähm, und sie haben das relativ, ja, sie haben es okay kommuniziert vor Release, dass das in einer schlechteren technischen Verfassung ist. Und zu einer schlechteren technischen Verfassung gab es eben auch halt eben Spielfehler, die es gegeben hat, so, vor allem, irgendwie dieses, dieses Fracht- und Gütersystem hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, was da wirklich, zudem bin ich nicht mal wirklich gekommen, zu dem Zeitpunkt, dass das offenbar noch wirklich ein großes Problem war. Das heißt, ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Aber es gab einfach so Startschwierigkeiten. Und das, das wollte ich so ein bisschen ansprechen, weil das ist leider ein bisschen, nicht normal, aber es kommt immer wieder vor. Also es kommt, vor allem in den letzten Jahren, glaube ich, öfter vor. Und das erklärt für mich auch so ein bisschen eben, warum das Spiel sich vielleicht zum Beispiel nicht so gut kommuniziert, wie es könnte. Einfach, weil es vielleicht da nicht den Polish hat, den es haben hätte können. Wenn man ihm mehr Zeit gegeben hätte noch. Ja, und das ist sicher was, was ich, also ich bin mir relativ sicher, dass das Spiel, so wie City of Guardians 1, weil City of Guardians 1 ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, wann ist das rausgekommen. Aber City of Guardians 1 hat sehr lange, sehr viel Support erhalten, über seinen Lebenszyklus quasi hinweg. Ja. Und City of Guardians 1 ist 2015 rausgekommen. Also City of Guardians 1 ist nicht einfach rausgekommen und dann war es fertig, sondern City of Guardians 1 wurde auch einfach sehr, sehr lang, über sehr langen Zeitraum weiterentwickelt. Und ich erwarte auch, dass es bei City of Guardians 2 der Fall sein wird. Noch dazukommen irgendwie so ein bisschen, ich habe nachgeschaut, wie viele Leute tatsächlich bei Colossal Order arbeiten, weil es mich interessiert hat. Und es dürften, es ist ein bisschen schwer zu sagen, so um die, also weniger als 50 Leute. Und das ist abgefahren. Sie werden sicher outsourcen, also das, auch das, glaube ich, war ein Grund der Probleme, so am Anfang vom Spiel. Gab es Spielemodelle, also jetzt Spielentwicklung, Nerdzeug eigentlich so ein bisschen, aber es gab Spielemodelle, die quasi sehr, sehr detailliert waren, obwohl sie es nicht unbedingt sein hätten müssen. Normalerweise hast du in Spielen Modelle und dann mehrere Modelle vom selben Ding. Also wenn da ein Mistkübel steht, dann hast du mehrere Varianten von diesem Mistkübel, wie detailliert er ist, je nachdem, wie nah die Kamera an dem Ding dran ist. Offenbar gab es einfach diese, LODs hat man die genannt, Level of Detail Modelle, gab es Schwierigkeiten und oder gab es einfach nicht. Das heißt, du hast einfach, egal wie weit die Kamera entfernt war, hast du einfach irrsinnig detaillierte Modelle den ganzen Tag geladen, was super halt heavy ist für die Performance, für den Computer. Und das hört sich so ein bisschen wie Outsourcing-Problem an, so da hat jemand anderer ein Modell gebaut und dann rüber geschippt nach Finnland. Und ja, das heißt, insgesamt glaube ich, ist das einfach ein kleines Team, die zwar sehr viel vorhatten und auch wirklich sehr viel können, aber die brauchen auch die Zeit dafür, in Endeffekt, glaube ich. Das ist ein bisschen das Problem. Und dann hast du halt aber auch die Leute, das riesige Community, weil City Skylines 1 war ein verdammt großer Erfolg. Und jetzt hast du irrsinnig viele Leute, die sehr, sehr viel von diesem Spiel erwarten. Und wahrscheinlich sehr viele Leute, die sehr viele unterschiedliche Dinge von dem Spiel erwarten. Was ist ein City Skylines 2 und was sollte das können? Und dann hast du, noch dazu kommt die Mod-Erwartungen, so es gibt halt tausend Mods für City Skylines 1, das heißt, das Spiel, das am Ende ein Spieler für City Skylines 1 gespielt hat, kann was komplett anderes sein, die Erfahrung, als die, die du oder ich hatte. Das heißt, es ist einfach, da sind 50.000 Welten und du versuchst dir jetzt ein Spiel jemandem zu verkaufen und hast aber nur die eine Person vor deinem Spiel, weil du kannst nicht all diese Leute bedienen. Deswegen war der Backlash auch relativ groß zum, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zum Release. Aber wie gesagt, ich glaube, es ändert nichts daran, dass das Spiel sehr ambitioniert ist und auf einem guten Weg ist und sogar jetzt auch wirklich Spaß macht. Also das, keine Ahnung, manchmal behaupten Leute so, ah, das geht ja voll nicht oder sind dann so, ich glaube, das sind halt eben Meinungen, die kommen vielleicht so ein bisschen, okay, das ist eine sehr spätifische Version von diesem Spiel gespielt mit 20 Mods, die du haben musstest und die wolltest du haben und auch das, es gibt den Mod-Support noch nicht, offiziell, ähm, der kommt erst, sind es gar nicht, das soll Mod-Supporten, also das heißt, du solltest das Spiel auch wieder so hinbiegen können, dass es dir, äh, Spaß macht oder deiner Spielweise so ein bisschen entspricht, ähm, aber das dauert noch, weil der Mod-Support ist noch nicht drin, zumindest offiziell. Inoffiziell gibt es schon Mods, die auch, glaube ich, wirklich viel Sinn machen, eigentlich, die ich gerne wieder installieren würde, aber ich bin so ein bisschen, ah, ich glaube, ich war da einfach offiziell Mod-Support. Ja, aber das ist so ein bisschen die ganze Release-Geschichte, äh, versucht von mir zusammenzufassen. Es ist schwierig, es ist schwierig, geradezu sage, Spiele zu entwickeln, ähm, und gerade, wenn du, glaube ich, so viele Erwartungen, äh, an so ein Spiel hast, ist dir es nicht schwierig, ähm, die zu erfüllen und vor allem von so vielen Leuten, von so vielen unterschiedlichen Leuten zu dir, die zu erfüllen. Aber, vielleicht komme ich da so zu einer Frage, hat es für dich die Erwartung erfüllt? Hast du dir gedacht, ist das ein, ist das ein Fortschritt und ist das ein, ja, ist das eine Weiterentwicklung von dem Spiel, das du schon gemocht hast? Und wie hast du dir das wagenommen jetzt? Also, wie du sagst, ich habe City Skylines 1 schon gemocht, ich habe City Skylines 1 für mein erstes Spiel, das wir für unseren Podcast ausgewählt hatten, damals gespielt und sozusagen erlernt, und das war noch harte Arbeit, ja, das Erlernen, egal ob es die Kamerasteuerung war, mit der ich auf meine Stadt schaue, um in alle Winkeln hineinspielen zu können, oder ob es eben die Spielmechaniken waren, um die es am Anfang geht. Und wenn ich jetzt City Skylines 2 hernehme, da muss ich sagen, habe ich das mit größtem Vergnügen gespielt, weil ich wirklich auch viele Schritte in Richtung noch größere Realitätsnähe einfach wahrnehme, in den diversesten Mechaniken, und es macht einfach Spaß. Es ist wirklich etwas, wo man wahrscheinlich, also ich verstehe das erste Mal, dass du manchmal erzählst von Leuten, die genau ein Spiel spielen, und nie ein anderes. Und wenn ich mir von den Spielen, die wir bis jetzt gespielt haben, nur eines aussuchen könnte, dann wäre es Minecraft. Definitiv nicht, sondern dann wäre es City Skylines 2. Ja. Weil das könnte ich wirklich auf Jahre hinaus wahrscheinlich spielen, ohne dass es mir wirklich langweilig werden würde, weil jetzt zum Beispiel, nachdem meine Stadt so eigentlich lächerliche 45.000 Einwohner einmal zählt, beginne ich mit verschiedenen Sessions, mich auf verschiedene Probleme oder Themen zu fixieren. Also ich gehe in einer Session hinein und beschäftige mich heute ausschließlich mit der Errichtung von Gütertransportwegen zum Beispiel. Das geht am Anfang, macht das ja keinen Sinn. Am Anfang musst du alles irgendwie zugleich handeln, damit dieses Ding einmal sozusagen vom Scratch weg in die Gänge kommt. Aber später kannst du sagen, okay, und wie möchte ich jetzt zum Beispiel mein Energiesystem für diese Stadt aufbauen? Setze ich mehr auf Windkraft? Setze ich mehr auf sozusagen umweltfreundliche Energien überhaupt? Oder knalle ich noch ein Kraftwerk hin, das halt Öl oder sonst irgendwas, Kohle verbrennt? Also diese Möglichkeiten entdecke ich jetzt erst nach und nach und das macht das Spiel unglaublich interessant. Auf Dauer. Nachhaltig, wirklich. Es ist ein unglaublich nachhaltiges Spiel. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist, für mich halt auch natürlich irgendwie kommt das so automatisch da mit, aber es ist halt auch so ein Modellbau-Faktor irgendwie, dass du das Gefühl du inszenierst und baust da wirklich so eine Umgebung und gleichzeitig für mich auch irgendwo erzählt sich eine Geschichte. Das ist halt mein eigenes irgendwie Ding, was ich immer mit Sandbox spielen habe, aber es ist irgendwie interessant halt diese Entstehung zu beobachten und die Veränderung zu beobachten und da entsteht irgendwie so eine Idee von was ist diese Stadt und was passiert in der? Und ich finde, das macht das Spiel nochmal besser als der erste Teil. Was halt, was total, also nichts Greifbares ist, aber es ist irgendwie was, was mich extra irgendwie fasziniert. Es ist irgendwie cool halt diese Entwicklung wahrnehmen zu können. Also es ist, es ist sehr faszinierend. Also es macht, es macht alles, was so ein Aufbauspiel glaube ich haben soll, macht es sehr gut und es ist einfach, ja, es ist einfach spaßig. Es ist einfach sehr cool, dem zuzuschauen. Wie gesagt, ich glaube so ein bisschen, wenn die Systeme sich besser kommunizieren würden, dann hätte ich auch mehr Spaß daran zu optimieren und diese Stadt zum Funktionieren zu bringen, zum Besser Funktionieren zu bringen. Im Moment, wie gesagt, ist es eher so, ich habe Spaß daran, sie zu erweitern und sie irgendwie schön und das fast so nach meiner Möglichkeit halt irgendwie realistisch zu gestalten. Was doch nicht leichter ist, wie gesagt, im zweiten Teil als im ersten von Sea Skylines. Aber das ist gerade so ein bisschen da, wo mehr, wo mich mehr den Spaß findet in dem Spiel zumindest im Moment. Wir haben noch gar nicht, können wir kurz bitte über die Grafik reden, Papa? Du hast immer über die Grafik geredet, du hast noch nichts gesagt zur Grafik. Was ist da los? Ist ganz ungewöhnlich. Ich denke nicht mal mehr dran, weißt du, weil das ist eigentlich dein Part. Ich muss gar nicht über die Grafik reden, weil Papa sagt irgendwas, aber es schaut auch schön aus. Ja, also die Grafik, ich war bei, ich habe das bei City Skylines 1 ja so hervorgehoben, wie toll ich die Grafik damals gefunden habe. mittlerweile, mittlerweile bin ich durch SimCity schon auch bekannt hast. Genau, richtig. Mittlerweile bin ich natürlich durch einige Spiele von dir geführt worden und habe gelernt, was gute Grafik überhaupt ist und kann. Und dennoch muss ich sagen, auch City Skylines 2 besticht durch eine fantastische Grafik. es ist egal, ob es ziehende Wolken sind, die Schatten werfen, ob es Regen ist, der Dinge wirklich nass macht, ob es der Wuselfaktor ist, der in den Straßen sich abspielt. Muss ich sagen, Copyright auf den Wuselfaktor ist beim Fabian nicht bei mir. Ah, nein, ich glaube, das ist irgendwie aus den 90ern vom Videospieljournalismus in Deutschland erfunden worden. Kann ich nicht behaupten. die hinein zu zoomen in eine Straße, in eine Einkaufsstraße, die man vielleicht gebaut hat und zu sehen, wie da die Busse und die Straßenbahnen vielleicht durchfahren, die Menschen sich bewegen, die Ampeln von Rot auf Grün schalten und der, also, es ist einfach unglaublich detailliert, detailreich und realistisch. Ja, auch da der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, wie ein Auto modelliert ist zum Beispiel im zweiten Teil, soll eher realistisch ausschauen. Im ersten Teil hat es einen gewissen Stil, da war es stilisiert noch. Ich glaube, jetzt hatten sie wirklich so einfach das Ziel, es muss praktisch sein, weil du kannst nicht, keine Ahnung, darüber haben wir schon ein paar Mal geredet, aber es gibt halt, wenn du so von ganz weit draußen halt tausend Modelle anschaust, wie auch vorher, wenn es halt so E2D ist, blablabla, du brauchst gewisse Techniken, um das Pferd hinbekommen zu können und ja, es ist einfach, es schaut moderner aus, es schaut besser aus, es ist technisch, glaube ich, schon besser geworden, man muss aber immer dazu sagen, es ist immer noch nicht besonders gut optimiert und wir sind beide auf PCs, die am High-End in Wirklichkeit zu finden sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, also der Ressourcenverbrauch für diese Grafikleistungen ist enorm, ich habe es tatsächlich auch auf meinem High-End, wie du sagst, Grafikkarten-PC, schon erlebt, dass das Ding an seine Grenzen gekommen ist und also nicht mehr sozusagen just in time als im gewohnten Detaillierungsgrad darstellen konnte. Ja, Cities Skylines 1 war bekannt dafür, halt nicht sehr grafisch intensiv zu sein, aber halt CPU-intensiv, also simulationsintensiv, das heißt, da wurde viel berechnet, aber nicht unbedingt grafisch dargestellt, zumindest nicht, was sehr anfordernd war und der zweite Teil ist jetzt so, ich habe eine 3080 in meinem PC, wem das was sagt und die ist die ganze auf 100% und mein Raum wird wärmer, wenn ich Cities Skylines 2 spiele. Man kann heizen mit Cities Skylines zu Hause, ja. ich meine, das gibt doch ein bisschen eine Grafikkarten-Generation von Nvidia Dankeschön dafür, aber es ist nicht optimiert und es ist ein bisschen heftig im Moment und das ist halt dann schon ein bisschen schade, weil dann muss man schon sagen, oder dann muss man ausprobieren, dann muss man es am besten kaufen und auf Steam kann man es zurückgeben oder Game Pass probieren zum Beispiel, du kannst im Game Pass, es ist im Game Pass und man kann Game Pass für sieben Tage kostenlos probieren und am besten schauen einfach, ob es auf der Hardware läuft, Grafikeinstellungen, versuchen runterzudrehen, so wie es wirklich geht, aber Simulationen generell, da willst du auch nicht super hohe Frame-Rates haben, also das soll nicht super, oder es muss nicht super gut laufen, weil da halt, weil du nicht irgendwie, du musst nicht reagieren auf irgendwas oder so, es geht nicht um Schnelligkeit im Spiel, deswegen ist es nicht so schlimm, aber es ist trotzdem schade und es ist halt trotzdem technisch ein bisschen, ja, nicht da, wo es sein sollte und das haben sie auch gesagt in Wirklichkeit, aber da muss man ein bisschen aufpassen, einfach, und es ist halt, ja, wie gesagt, schade, es ist wirklich schade. Was haben wir noch für Themen, über die du richtig sagst? Ich habe fast alles gesagt, es ist irgendwie, es ist ein schräges Spiel für mich, irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, weil ich glaube, ich will es mehr mögen immer noch, als ich es tatsächlich mag, also ich finde, es macht mir Spaß, keine Frage, es macht mir Spaß, ich habe auch, so, auch wenn ich jetzt gar nicht viel Zeit habe, ich habe viel Zeit reingesteckt, ich habe wirklich Spaß in dem Spiel, aber es fühlt sich nicht ganz so gut an, wie es glaube ich sein könnte, so, das ist so ein bisschen das aus mich. Also, du siehst noch Potenzial jetzt für die nächste Zeit, dass es, egal wodurch, erweitert, verbessert und, ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, was die Entwickler vorhaben noch, ich hoffe auch, dass irgendwie ihre Vision tatsächlich so ein bisschen vollständig, irgendwann implementiert ist, weil ich habe das Gefühl, die Vision ist noch nicht vollständig drin, und jetzt hast du sehr viel Feedback von Leuten, die viele verschiedene Visionen haben, wie so ein Spiel ausschauen sollte und ich hoffe, dass sie ihre Version von C++ 2 tatsächlich einfach bauen und ich, dass ich von dem tatsächlich fasziniert bin und ich glaube, das ist schon eben da, was ich vorher schon erwähnt habe, die Skalierung, es ist realistischer, es ist größer, es ist, Geld macht irgendwie mehr aus, also es ist irgendwie wichtiger, aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, es gibt ein neues Fortschrittssystem, es ist quasi so ein Skilltree super schräg oder nicht super schräg, macht ein Business hin, du kannst quasi ein bisschen mehr auswählen, wenn du einen Meilenstein erreichst, was du jetzt freischaltest. Das ist aufgeteilt in verschiedenen Kategorien, halt eben Wasser, Strom, verschiedene Kraftwerke zum Beispiel, musst du dir freischalten, eigenständig, und musst auch planen, wo willst du hin, weil anhand dieses Skilltrees, also du schaltest ein bestimmtes Ding frei, das ermöglicht es dir quasi wieder, um andere Sachen freizuschalten. Das ist ja abhängig davon, was du zuerst freischaltest, kannst du dann andere Sachen freischalten. Das musst du so ein bisschen in die Planung mit einbeziehen, wenn du es halt mit dem Fortschrittssystem spielen willst, und das ist auch interessant, ist nett, aber eigentlich ist man, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ein bisschen gemerkt, so die Fortschrittssysteme baue ich nicht unbedingt, weil im Endeffekt bin ich sowieso limitiert, vor allem in der Anfangsphase an dem Geld, das ich habe. Finanziell, ja. Und ein Krankenhaus ist sowieso so teuer, das heißt, ich werde es mir eh nicht leisten, das ist dann stattdessen nur eine kleine Klinik. Ehe klar. Und dann habe ich halt jetzt einfach eine separate Sting für, also eine separate quasi Währung, also so Fortschrittspunkte, die du halt investieren musst und managen musst. Jetzt auch nicht super kompliziert, aber es ist halt irgendwie noch ein extra Ding, was ich nicht wirklich notwendig fand, so ein bisschen, weil wenn du, glaube ich, oder das ist vielleicht für mich einfach das Interessantste, wenn du tatsächlich Geld so relevant machst, dass es relevant bleibt, könnte fast das dein Fortschritt sein, also das Fortschrittsgefühl irgendwie von selbst so ein bisschen bilden. Aber so hast du vielleicht Skilltrees, die vielleicht dann auch wieder mehr Sinn machen, wenn du schon irgendwie 20 DLCs hast, oder was auch immer. 20 gab es nicht mal für den ersten, aber wenn du ein paar DLCs hast, dann gibt es halt mehr Zeug und du musst dich wirklich fokussieren, was braucht deine Stadt und was willst du für deine Stadt und wie soll sie ausschauen. Es gibt auch nämlich viele Leute, die dann tatsächlich verschiedene Städte bauen, das habe ich nie gemacht, also niemals. Ich habe meistens eine Stadt gebaut und dann habe ich so lange gebaut, bis ich es nicht mehr wollte und dann war ich irgendwie fertig damit und vielleicht habe ich dann ein paar Monate später gemerkt, oh, ich würde gerne wieder City Sky spielen und dann habe ich eine neue Stadt gebaut. Aber ich habe nie irgendwie parallel verschiedene Städte gebaut und habe mir gedacht, oh, das ist die Stadt, die vor allem Kohle abbaut und irgendwie sehr Industrie-heavy ist oder das ist die Stadt, die irgendwie viel mehr mit Dienstleistungen zu tun hat, irgendwie sowas. Habe ich noch nie gemacht. Ich baue immer eine Stadt, die soll cool sein und die soll funktionieren und das ist dann das, was mich, ja, was mich irgendwie antreibt. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf dein Thema, welche Visionen die Entwickler haben, wie du gesagt hast. Also ich könnte Ihnen auch eine langfristige zumindest anbieten. Was mir sehr gefallen würde in City Skylines 2 wäre, wenn man es in einem Art Multiplayer-Modus auch spielen könnte, wo man, wo ich mir so vorstellen könnte, da gibt es halt einen Finanzstadtrat und dann gibt es einen Gesundheitsstadtrat und dann gibt es einen Wirtschaftsstadtrat und als mögliche Rollen sozusagen und die gemeinsam entwickeln dieses Stadtprojekt und das könnte ich mir in vielerlei Hinsicht echt spannend vorstellen. der Gedanke fasziniert mich als eine, sagen wir mal, vielleicht derzeit hinter dem Horizont liegende Vision für City Skylines. Ich glaube, das ist fast ein anderes Spiel tatsächlich an dem Zeitpunkt dann. Es ist eine coole Idee. Also wir haben vorher kurz zurückredet. Das ist eine coole Idee. Ich mag es auch handfüßig. Was ich mir in näher Zeit und vielleicht ein bisschen realistisch vorstellen könnte, ich würde gerne mehr Optionen haben, die nicht nur für Autos bauen sind. Also nicht nur Straßenbau. Es gibt Fußgängerzonen, die du quasi bauen kannst, aber die sind, ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen unerausgereiht. Es gibt noch keine Fahrradfahrer, was irgendwie sehr schade ist. Das gab es im ersten Teil, ich glaube mit dem ersten DLC und da habe ich auch Spaß gehabt, zum Beispiel Fahrradinfrastruktur zu bauen. Na klar. Und das ist halt irgendwie schade. Es ist durchaus irgendwo immer noch sehr autofokussiert, macht irgendwie aber auch Sinn, weil es dann halt immer noch ist eine Planstadt halt was sehr amerikanisches ist und so wie man da baut, habe ich das Gefühl, es ist immer, ja, es macht mehr Sinn, eine amerikanische Stadt nachzubauen, weil du nicht diesen historischen Aspekt von einer Stadt, wie halt sich eine mitteleuropäische Stadt zum Beispiel entwickelt hat, über Jahrhunderte irgendwie hinweg. Das kannst du irgendwie nicht machen in dem Spiel, das geht nicht. Du kannst irgendwie, kannst eine Stadt nachbauen, aber dann bist du wirklich quasi im Modellbau und dann musst du nicht mehr dich darum kümmern, dass das funktioniert, das ist fast ein bisschen schwierig dann. Und es gibt zum Beispiel, das ist auch eines der größeren Änderungen eigentlich, dazu sind wir auch noch gar nicht gekommen in Wirklichkeit, es gibt Stile, also du kannst zwischen europäischem und amerikanischem Stil wechseln, Architekturstil. Bei den Gebäuden, ja. Ja, also bei den Zonengebäuden, also wo du halt automatisch aufkommen und dann bei manchen so Infrastrukturgebäuden, aber ich glaube nicht allen. Ich glaube, das ist so ein bisschen. nicht bei allen. Auch da glaube ich, das ist vielleicht so ein bisschen eine zukünftige Erweiterung, Idee von Ihnen, und dass da auch mehrere Architekturstile reinkommen könnten, zum Beispiel irgendwie auch aus dem asiatischen Bereich oder was auch immer. Also es könnte, da könnte wahrscheinlich noch viel kommen. Aber wie gesagt, es macht da meistens Sinn für mich immer noch so, ich kann keine europäische Stadt in dem Spiel bauen, weil das fühlt sich einfach falsch an. Ja, das fühlt sich falsch an, definitiv. Ja, also du baust halt die amerikanischen so Vierecke hin und das macht Sinn und wenn du es gut machst, dann schaut es auch wirklich gut aus. Ja, also irrsinnig viel Potenzial in dem Spiel immer noch und aber auch es ist eine gute Basis mit dem Start, mit dem Release, der vielleicht einfach nicht optimal war, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat und was ein bisschen schade war. Aber wie gesagt, man kann irrsinnig viel Spaß haben mit dem Spiel. Es ist sehr viel Potenzial drin und an und für sich glaube ich, ja, wird mich das und sicher dich auch dann über die nächsten Jahre begleiten, wie sie das weiterentwickelt und wie es ja, hoffentlich so wahrscheinlich dem besten Start zu machen. Also es ist quasi jetzt schon der beste Start zu machen, es gibt keine Konkurrenz. Ja, ohne Treffer. Es gibt quasi nichts anderes, was das macht im Moment und sie machen es schon gut. Also es ist ein cooles, cooles Spiel. Ja. Alles gesagt. Alles gesagt. Unsere Begeisterung haben wir ausgedrückt, auch vielleicht den einen oder anderen Vorbehalt noch, aber wir lassen uns gerne von den Entwicklern überzeugen, dass diese schon bald Geschichte sein werden. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung gebt oder ganz einfach den Podcast weiterempfehlt. Außerdem könnt ihr uns Feedback und Spielvorschläge auch per Mail an region.gamespodcast at gmail.com senden und damit bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wahrscheinlich im März wird es eine Folge geben. Ich bin jetzt nicht mehr so, ich werde keine konkreten Daten geben. Das ist ein Geheimnis, wenn die nächste Folge rauskommt. Aber im März. Wahrscheinlich bis März. Ja. Und bis dahin. Schöne Zeit. Und Tschüss. Happy Gaming. Tschüss. Tschüss. healthiness. Untertitelung des ZDF, 2020